Als erste Hauptmaßnahme das Personal ist und das Kunstvergiss und die Abstände einzahlen. Und dann werden Sie darauf hingewiesen, den Abstand einzahlen und uns dies auch bestätigen zu lassen. Ja. Wege definiert und nicht mit Material dahinter, die täglich damit kontrolliert sind und was ausführen ist. Jetzt müssen Sie dann wenigstens. Genau. Die Meter rund um die Strasse muss die 1 zu 5. Zusammen mit den Fahrer. Ja. Ja, ich muss auch die Strasse. Was ist das? Erstoppen? Ja. Wir sind unten. Wir dürfen uns zwischendurch mal sagen. Stopp. Knapp zwei Minuten. Okay.